Beim Start meines Unternehmens habe ich den Anspruch des Gründerservice der Wirtschaftskammer Kärnten wahrgenommen und meine Erfahrung war eine sehr sehr positive. Neben der fachlichen Kompetenz punktete das Gründerservice auch mit der Hilfsbereitschaft und auch mit der Flexibilität, was für mich sehr wichtig war, weil ich schon sehr tief im täglichen Geschäft unterwegs war und speziell bei administrativen Tätigkeiten mit Behörden und so weiter wurde mir sehr viel geholfen. Dadurch konnte ich mich schon in der frühen Phase auf meinen Inhalt, auf meine Projekte konzentrieren und das war natürlich sehr wichtig für mich. Im täglichen Betrieb bei ständigen Fragen, z.B. Versicherungsfragen, Haftbarkeit von Projekten, habe ich mit dem Fachgruppenobmann einen sehr kompetenten und sachlichen objektiven Ansprechpartner, der mir bei kritischen Fragen immer wieder weiterhelfen kann. Mehr auf deine Aufmerksamkeit! Untertitelung des ZDF, 2020